. Hey, kannst du mal ein Foto von uns machen? Der Verrückte da und ich wollen bei der Reederei erneuern. Und dann auf See. Alles klar. Wir sind hier, jetzt kann uns niemand mehr was. Ich weiß, dass Sie seit mehreren Jahren zur See wollen. Denken Sie jetzt genau nach. Wenn Sie glauben, Sie können mir ans Bein pissen, dann lecken Sie mich doch gleich noch am Arsch. Soll ich ihn verhaften? Verhaften Sie die Vietnamese. Warum gehen wir nicht weg? Ich glaube, dass du der einzige in diesem Dreckshafen bist, der mich noch über den Weg trage. Ich hab's dir gesagt, der Schöne macht rüber. Conny! Wir haben doch gesagt, wir gehen auf See! So nicht. Wenn ich was für euch hätte, dann kommen Conny und ich auf See. Du hast was zu verraten! Ja, du! Und deine Scheißgerechtigkeit! Schlitter dich im Stich gelassen. Wo will er mit dir hin? Wir sehen uns in Hamburg. Hörst du mich verschliffen, Schwillen! Ihr Schweine! Wenn der sich im Knast nicht zu Schulden kommen lässt, ist er weg. Was aber wenn Sie wüsste, dass er gar nicht mehr kommt? Wie meint Sie das? Ich schreibe ihn. Bist du Spitzelschritt? Ich bin dein Freund. Manchmal denke ich, Sie verheimlichen mir doch was. Wir wollten aber aufs Meer. Hier dran darfst du niemals vergessen, warum du rüber wolltest. Niemals!